Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben, willkommen im neuen Jahr. Hi. Wir starten ganz mysteriös, unerklärlich, wie immer. So sieht's aus. So machen wir das. Ja. Und wir legen auch gleich los, ohne großes Trara. Jupp. Wir befinden uns heute mal wieder in Griechenland. Ich weiß gar nicht, warum wir momentan so ein Griechenland-Hype haben bei uns. Weil wir sehr viel schon über Ägypten und so und vor allen Dingen Südamerika gesprochen haben und vielleicht deswegen jetzt mal durch Zufall in Griechenland sind. Okay, wir befinden uns in der Nähe von Athen. Dort gibt es einen Berg, den Berg Pentelikus. Pentelikus? Pentelikus. Wer kennt ihn nicht? Und dort gibt es, ganz unserem Podcast, ja, entsprechend, unerklärliche Phänomene an diesem Berg, weil es eine Höhle dort gibt. Eine Höhle? Eine der gruseligsten und geheimnisvollsten, mysteriösesten Höhle der Welt. Der Welt? Der Penteli-Höhle. Okay. Ich bin gespannt. Ja. Das kann es da auch sein. Also dieser Berg existiert schon, ja, weiß ich nicht, seit, mal, sag ich jetzt mal flop, ja, gesagt, seit Anbeginn der Zeit. Oh ja. Ist ein sehr, 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 sehr altes Berg. Und dieser Berg hat zusätzlich, dass er diese Höhle besitzt, Marmor, aus ihm wurde Marmor geschlagen für viele, viele, viele Bauwerke, die in diesem goldenen Zeitalter von Athen. gebaut wurden, geliefert, das Marmor. Ich frage mich immer, wenn man sich ein Bild von dem Berg oder dem Höhleneingang, voll gruselig, ist da jemand auf dem Bild? Okay, später nochmal da mehr dazu, dass das Marmor ist. Ja, also ihr könnt euch die Bilder natürlich auf unseren Social-Media-Plattformen angucken, Instagram und Facebook, bitte folgen, darüber freuen wir uns. Ich habe da auch ganz stark meine Probleme mit dieser Tatsache, dass du so Marmor aus dem Berg schlägst und dann wird es, also ich finde es faszinierend. Also es muss ja irgendwie glatt geschliffen, poliert und weiß ja nicht was, dann wird es wahrscheinlich so aussehen, aber es ist halt, ja. Du siehst halt nur diese rohe Feldwern und denkst dir, ja, wo sollen hier denn jetzt bitte Marmor sein? Aber dann kommt halt der Steinmetz und rockt da die Bude und dann sieht es einfach geil aus. Ja, dann haben wir das hochwertige Marmor. So. Ähm, also wie gesagt, es tingeln sich ganz viele Geheimnisse um, diese Höhle. Diese Höhle hat auch einen Spitznamen. Darauf komme ich dann später auch noch. Die Davelis Höhle. Vielleicht ist die in der heutigen Zeit eher bekannt unter Davelis Höhle anstatt Penteli Höhle. Ich habe Ich habe diesen Namen auch schon gehört. Davelis? Davelis. Daveli Höhle. Und Daveli, da habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, vielleicht, äh, ich bin ja auch, hab sehr, sehr wenig Information über diese Höhle, deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast und auch mir. Ich habe an Daveli irgendwie an Teufel gedacht, ich weiß auch nicht warum. Ja, wegen Diablo, äh, wie heißt, Devil und Diablo und diese ganzen Daveli, da dachte ich mir, ey, Daveli könnte halt einfach griechisch für Teufel sein. Ich weiß nicht, was Daveli heißt, kann auch irgendein Typ gewesen sein. Ja. Ähm, ja, aber es klingt, es klingt irgendwie, irgendwie klingt es böse. Strange. Ich weiß auch nicht warum. Ja, also diese Gegend ist, ähm, auch wohl so ein bisschen unheimlich, allgemein unheimlich, weil die Höhle ist auch nicht, also der Eingang der Höhle nicht gleich so ersichtlich, dass man sagt, ah ja, da, sondern da sind wohl auch viele Kiefernwälder drumherum und es wirkt alles so ein bisschen verängstigend auch wohl. Ja. Also es ist ein sehr, sehr unerklärlicher Ort auch. Ähm, diese Höhle ist 60, 50 Meter lang, so viel hat man schon mal herausgefunden, und 20 Meter hoch. Boah. Ja. Und sie hat ein Netz von ganz vielen Tunneln. Und jetzt kommen wir auch, ähm, zu diesem, wo du jetzt so dachtest, was das irgendwas mit dem Teufel oder so zu tun hat, weil laut einer Überlieferung, es gibt natürlich zahlreiche Geschichten zu dieser Höhle, ist ja klar, Menschen sind ja Menschen und müssen sich ja was ausdenken und weitergeben. Ähm, laut einer Überlieferung, ähm, führt einer dieser Tunnel direkt in die Hölle. Oha. Ja. Hat man da irgendwelche Scans schon gemacht? Oder ist es wieder sowas, wo man sagt, ja, das ist einfach nur irgendwas in Steingemeiße, da interessieren wir uns nicht für. Nee, so direkt Scans nicht. Ähm, und ein anderer Tunnel führt wohl zu unter, äh, zu einem unterirdischen Teich. Und sowas finde ich immer super strange, wenn irgendwie in, 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 in der, im Boden, also in der Erde oder so oder in einem Berg, dann irgendwie wie so eine Art Stadt oder Dorf oder weiß was ich, in dem Berg drin ist. Ja, finde ich auch komisch. Also was ist damals passiert, dass es da so viele Tunnel gibt? Wer war da und hat das alles gebaut und was für einen Zweck hatte das? Und vor allen Dingen, warum baust du sowas in einem Berg? Also war vielleicht draußen irgendwas, wovor du Angst hattest, wovor du dich schützen wolltest? Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil du kommst ja nicht auf die Idee und stehst vor dem Berg. Da würde ich eher sagen, ach guck mal, den Berg können wir hier im Winter zum Schlittenfahren benutzen und im Sommer und im Frühling, Herbst spazieren wir da. Und die Stadt oder das Dorf von unserem Volk bauen wir da vor. Der Berg gibt uns Schatten, wenn die Sonne schreit und so. Weißt du, was ich meine? Ja, aber auf die Idee zu kommen, okay, pass mal auf, wir fangen jetzt an, hier Tunnel im Berg zu bauen und bauen unser Dorf im Berg. Ja, aber man kann auch nicht sagen, da war mal irgendeine Stadt und dann ist irgendwas, eine Naturkatastrophe passiert und irgendwie wurde die Stadt überschüttet. Das geht nicht. Das geht ja nicht, dann wären ja diese Tunnel nicht da und alles. Ja, und ganz krass, was gar nicht geht, ist, dass jetzt hier unsere Archäologenfreunde kommen und sagen, ja, also im Laufe der Zeit und durch den Regen und das Wasser wurde im Berg ist eine Stadt entstanden. Weißt du, das geht halt auch nicht. Durch Wassermengen, die da durchgeflossen sind, ja. Ja, wurden hier so Dächer und Türen gebaut. Nee, also das ist ja schon so ein bisschen merkwürdig, ja. Ich verstehe das alles, es gibt ja diese berühmte Stadt ja in der Türkei, glaube ich, unter der Erde, irgendwie 50 Meter unter der Erde, die nehmen wir uns auch noch auf jeden Fall mal vor. Die, na, die ist so eine richtige Stadt im Hier, hier ist ja nur Tunnelverzweigung, also das ist ja nicht irgendwie ... Na, und dieses komische Eingangsportal-Ding hier. Na, das soll eine Kirche sein, aber dazu komme ich gleich noch. Also erst mal gilt dieser Ort seit dem Altertum, also seit der Antike, wie auch immer, als sehr übernatürlicher Ort auch, weil er auch Schauplatz, sage ich jetzt mal, von sehr geheimnisvollen, seltsamen Ereignissen gewesen sein soll. Also, Entschuldigung, man fängt ja dann immer, also es gibt Überlieferungen von irgendwelchen Geschichten und dann irgendwann kommt ja die Menschheit und die Menschheit ist besser entwickelt und auf einmal tauchen ja, finde ich, immer Beobachtungen auf, die ja nur aus der, in Anführungsstrichen, heutigen Zeit irgendwie stattgefunden haben. Weil es ja wahrscheinlich von früher nicht anders möglich war, es zu überliefern oder weiterzugeben. Ja. Also, diese Höhle soll, also bei dieser Höhle sollen Sichtungen gewesen sein von schattenhafter, geisterhafter Erscheinungen. Mhm. Ne, also irgendwelche, ja, Präsenzen, die aussahen wie Geister. Ufos soll man da gesehen haben. In den Tunneln oder in dem Gebiet. Ja, in diesem Gebiet und vor dem Eingang der Höhle und anderer paranormaler Wesen. Also, wer weiß, was damit wieder gemeint ist. Das ist jetzt ein großer Spektrum, den ich jetzt hier nur kurz anschneide. Es soll halt alles irgendwie sehr strange da sein bei dieser Höhle. Ähm, in der Antike galt dieser Ort allerdings auch als ein heiliger Ort. Und zwar, wir sind ja in Griechenland. Mhm. Also muss ja wieder irgend so ein Gott, äh, oder, ja, vorhanden sein. Und zwar, ein heiliger Ort war das für den Naturgott Pan. Pan. Und seine Nymphen. Oh Gott, jetzt ist das Mikrofon hier mir entgegengekommen. Ähm, und seine Nymphen. Ähm, es wurden in der Höhle so Artefakte gefunden von Darstellungen von diesem Naturgott Pan. Also irgendwas muss da ja auch mal wieder gewesen sein. Also wir fangen ja immer an, dass wir, wenn wir über solche unerklärlichen Dinge reden, dass die Menschen aus der Antike oder von ganz, ganz, ganz früher das immer sehr in dieses Religiöse rein, äh, schieben. Wenn die Orte irgendwie strange sind, dann, äh, wird's ja irgendwann so, dass man dann mit Technik und weiß ich nicht, was da rangeht. Und dann wird's halt alles ein bisschen präziser. Oder halt noch unerklärlicher als vorher. Oder alles ist dann nur noch religiös. Äh, oder so, genau. Genau. Also man hat halt Darstellungen von diesem Naturgott gefunden, äh. In welchen Form denn? In so Höhlenmalereien oder, oder? Ja, oder irgendwie so, so. Aus Steinfiguren gemacht? Ja, oder, ähm, so bildhafte Darstellungen von diesem, so eingeratscht, äh, nee, nicht eingeratscht, sondern eingemeißelt oder weiß ich nicht. Wie geil, die jedoch die Vorstellung ist, dass vor tausenden Jahren die Menschen einfach dachten, ey, ich hab hier heute was gesehen, ich nehm mir jetzt einen Stein und irgendwas anderes und mal das einfach an meinen Lieblingsberg. Mhm. Und dann hast du überall hergereist und dir dein, hier ist eine Mammutjagd. Also weißt du, was ich meine? Das ist vielleicht... Ja, ist schon komisch, ne? Naja, es wird, äh, auch damals alle möglichen Arten von Menschen gegeben haben, die sich für gewisse Dinge interessiert haben. Oder sich dachten, oder bestimmte Fähigkeiten für gewisse Dinge hatten. Es hat ja bestimmt nicht jeder eine Fähigkeit. Also ich könnte jetzt nicht in einem Stein irgendwas reinmeißeln, wo man dann irgendein, äh, äh, nahezu erkennbares Bild, äh, hat. Doch, das würde ich gerne sehen. Das machen wir, das machen wir mal als Gewinnspiel eines Tages. Ja. Mrs. Fröhlich macht was in einem Stein und das kann einer von euch dann gewinnen. Ja. Vielleicht haben die Menschen sich früher auch irgendwelche Kräuter zugeführt und dann waren sie paralysiert und haben irgendeine Vorstellung gesehen von, ähm, einem Wesen, was dann dieser Naturgott-Pan war und haben das dann irgendwie für, für sich selbst, damit sie es nicht vergessen, versucht nachzumalen, ja. Das ist wiederum das Ding, was ich mir auch schon mal gedacht habe, genau wie, wie das, das Thema mit Cannabis zum Beispiel, wo ich mir denke, wie viel, Entschuldigung, Scheiß, habt ihr damals eigentlich geraucht, wie viele Pflanzen habt ihr geraucht, um irgendwann auf diese Cannabis, äh, Pflanze zu stoßen, um zu merken, oh, hier, guck mal, damit fühle ich mich richtig gut. Ja, ja, das ist sowieso eine krasse Sache, was die Menschen alles ausprobieren mussten, um herauszufinden, wie was wirkt. Und, wobei, das mit diesem, dass die sich irgendwas reingepfiffen haben und dann gesagt haben, oh, ich sehe den Naturgott-Pan, ich mal den mal, der sieht genauso aus, ich hab den irgendwie, hab ich den vor meinen geistigen Augen gesehen. Und verdrehst du denn jetzt die Augen so, als ob du selbst high wärst? Weil ich das hier richtig darstellen muss. Aber unsere lieben Zuhörer sehen das nicht, nur ich sehe das und ich denke mir wieder so, meine Güte. Ich bin halt voll drin. Live on Tour, Mr. Fröhlich, ja. Ich spreche mit dem Körper auch, wie du weißt. Ja, oh Gott. Ja. Oh, du kennst doch bestimmt diese Zeichnung von dem Außerirdischen, ich mach Anführungszeichen, ist schön, ihr seht das ja nicht. Mach weiter. Ja, klar. Und das ist auch für sehr waghalsig. Unmöglich. Sehr unwahrscheinlich. Deswegen muss es ja eine Zivilisation gegeben haben, die hier überall auf der Welt die Menschen mal besucht hat. Richtig. Weil nur so kann es sein, dass von hundert Kilometern, tausenden Kilometern, wie auch immer Entfernung, es ähnliche Abbildungen von Gestalten gibt. Ja. Das ist einfach, das ist einfach unerklärlich. Das ist für mich persönlich der Beweis. Also mehr brauche ich dafür nicht. Das ist halt, dass man da sagt, naja, das kann schon sein, wo ich mir denke, nee, das kann halt nicht sein. Ja, also wie gesagt, man müsste in die Zeit reisen können. Bitte. So, dann wurden in dieser Höhle, um jetzt eigentlich mal wieder zu unserem Thema zurückzukommen, Mr. Fröhlich. Mhm. Man hat auch so Nischen in den Wänden gefunden. Also da muss da schon irgendwie ein bisschen rumgehandwerkelt worden sein. Ja, man hat mal halt probiert. Und eine Vertiefung mit einem Wasserbecken, wo man auch nicht weiß, was das für einen bestimmten Zweck gehabt haben soll. Da denke ich dann immer, wenn es so um Wasserbecken oder irgendwas geht, immer irgendwelche komischen Rituale. Ja, und mir kam dann irgendwie bei der Recherche auch der Gedanke, es gibt ja heutzutage Gruppierungen von Menschen, die sich Sekten nennen. Also die nennen sich nicht selbst Sekten, sondern man betitelt die als Sekten, die irgendwelchen Wahnvorstellungen oder sowas befolgen oder hinterherlaufen oder für sich selbst einfach entschieden haben, ja, so muss es sein. Das ist ja jedem Menschen selbst überlassen, was er denkt und woran er glaubt. Und ich glaube, sowas muss es doch früher auch gegeben haben. Also ich meine, die Mayas und die Inkas und so, die haben ja auch irgendwelche Blutopfer und weiß ich nicht was benutzt, um ihre Götter anzubeten oder ihnen das zu schenken, damit sie irgendwie, weiß ich nicht, mit Regen beschenkt werden oder mit einer guten Ernte oder wie auch immer. Das sind ja auch Rituale, Sektenähnliche Rituale. Von denen wir ausgehen. Von denen wir ausgehen, ja. Wir wissen es ja auch nicht, genau. Die Archäologen, naja, auf jeden Fall, ja, wenn man dann immer von Vertiefungen mit Wasserbecken oder irgendwie so, und dann Natur, Gott und hier und, also ich weiß nicht, ob da vielleicht auch mal irgendwie so eine Gruppierung von Menschen vielleicht gelebt hat, die einfach an was geglaubt hat und dann so Rituale vollzogen hat. Kann ich dir was anderes sagen, was meine Theorie bei sowas ist? Weißt du was, du kennst ja bestimmten Wasserspeicher. Vielleicht waren die einfach so eine schlauen Füchse, dass die sich da einfach so künstliche Seen quasi angelegt haben und haben das in dem Berg gemacht, weil halt im Berg die Sonne nicht scheint und die gemerkt haben, warum ist denn der See jetzt schon wieder so leer? Na, wir haben seit drei Wochen 40 Grad draußen und die Sonne ballert und das Wasser verdunstet durch die Wärme, durch die Hitze. Also gehe ich da hin, wo es kalt ist, wo keine Sonne scheint. Ergo, ich gehe in den Berg. Und wie haben die das Wasser da hingekriegt? Das weiß ich nicht. In Blättern? Die hatten ja schon so Holzeimer bestimmt. Meinst du? Na, denke ich doch mal. Die Frage, die ich eh habe, ist, warum gibt es in so vielen Bergen überhaupt so eine Seen? Das finde ich ja schon strange. Ja. Also dieser Ort galt, also nachdem so das Christentum irgendwie auch in dieser Region dann ansässig wurde. Darf ich noch ganz kurz einmal reingrätschen zu unserem See- und Wasser-Denk? Mhm. Es gibt ja auch mehrere Pyramiden. Ja. Wo man unter dem Grab des Pharaos auch ein See gefunden hat. Das war jetzt aber nicht so eine kleine Plörrefütze, sondern wir reden hier von einem 8x5 Meter Seebecken, was einfach irgendwo mitten in der Pyramide, ja, ja, es gibt so eine Pyramide, ich habe leider vergessen, von wem die Pyramide ist, haben die entdeckt und da haben die sich auch gefragt und es wurde künstlich angelegt. Es gibt keine Möglichkeit, dass es naturmäßig da war und die standen auch da und meinten so, wie haben die das gemacht? Ja, aber das muss ja dann wieder mit irgendwelchen Ritualen, glaube ich, zu tun haben, dass wenn der Pharao da liegt in der Pyramide und mit seinem Übergang ins Totenreich, vielleicht durchs Wasser durch und... Dass er so übers Wasser Hades mäßig auf sein Boot schippern muss, ihm bezahlen muss. Wasser als Ebene dafür, dass du nicht durch Hölle, durch die Hölle gehst, sondern dass das Wasser das Feuer löscht. Ich habe keine Ahnung. Aber das kann ja auch sein, dass es, ja, vielleicht war das wirklich mal irgendein Ort, wo irgendein bekannter Mensch oder Gott mal seine Ruhe gefunden hat. Und man hat das halt noch nicht gefunden, weil du sagst ja selbst, da gibt es die Höhlen und das kleine Kirchending da vor dem Eingang in den Pfälz reingearbeitet. Nur wer weiß, was da überhaupt drin ist. Naja. Guck dir die alten ersten Pyramidenwälder an. Es war auch einfach nur ein kleiner Hügel mit Sand und ein bisschen Rasen. Und dann hat man das rausgebodelt und zack war da eine Riesenpyramide. Ja. Also nach... Christentum. Ankunft des Christentums in der Region war diese Höhle auch ein spiritueller Ort, so für Einsiedler oder auch viele Mönche. Wir sollen da wohl einen Rückzugsort in dieser Höhle gesehen haben. Mhm. Ähm, am Eingang dieser Kirche, äh, am Eingang dieser Höhle befindet sich diese Kirche, also dieses Gebäude, was du da siehst, soll eine Kirche darstellen, die so ungefähr, denkt man, so im 11. Jahrhundert erbaut wurde. Ach, doch schon. Ja. Und, ähm, die besteht irgendwie aus zwei Kapellen wohl und in der einen Kapelle sind ungewöhnliche Glyphen, das sind so grafische Darstellungen von Schriftzeichen, also Buchstaben. Und die sollen auf, ja, eine bestimmte Zeit von irgendeiner Mönchszeit zurückzuführen sein. Eine Mönchzeit? Ja, also da sollen wohl mal Mönche gelebt haben. Diese Kirche hat auch eine, ähm, ja, ungewöhnliche Gestaltung und man spekuliert, dass das, ähm, vielleicht nicht die Christen selbst erbaut haben, sondern irgendeine Ablegerschaft von dem Christentum erbaut hat. Also der ist aber dem sehr, 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 sehr frühen Christentum, äh, christlichen Glauben zuzuführen ist. Und warum baut man das da mitten in so einem Berg rein, wo man, also... Tja, das weiß man nicht. Oder haben die das vielleicht, wir können ja nochmal zurückkommen auf die, auf die, ähm, wie heißt denn das noch, auf die Tunnel? Ja. Dass dieser eine Tunnel angeblich laut irgendwelchen Sagen und sowas und Legenden sollte dieser eine Tunnel zur Hölle führen. Vielleicht haben die deswegen da diese Kirche hingebaut als Schutz vor dem, was aus der Hölle rauskommen kann. So von wegen, wir machen hier etwas... So eine Abwehr für was Böses, was eventuell austreten könnte. Ja, dass das sozusagen ein Schutz ist, sowas wie eine Schutzmauer für die Höhle. Und eine normale Mauer, Mauer würde halt nicht reichen und deswegen hat man da was Gläubiges-mäßiges hingebaut. Das kann auch sein, ja. Aber jetzt haben wir ja das Bild vor Augen, da steht eine Wasserflasche, ne, und da hängt ein Seil runter, oder? Ja, das hat irgendeinen Typ fotografiert. Und hier, guck mal, oben in dem Fenster steht da jemand drin. Das sieht so komisch aus irgendwie. Ich glaube, da ist irgendwie so ein... Ich glaube, das ist eine... Ne, ich habe noch andere Fotos, ähm, und das ist eine kaputte Scheibe. Die Scheiben sind kaputt zerstört. Ja, ja, ach so, okay. Und das ist einfach nur eine Scheibe, die dreckig ist. So, jetzt aber nochmal zurückzukommen auf den Spitznamen dieser Höhle, der Velis. Und zwar, das finde ich nun wirklich sehr, äh, banal irgendwie, weiß ich auch nicht. Diese Höhle war im 19. Jahrhundert der Stützpunkt von Davelis. Das war ein Mensch. Ah. Der, ähm, hat da gelebt für eine Zeit lang und das war ein berüchtigter Verbrecher in der Zeit, in der Gegend, der die Reichen bestehlte. Also Robin Hood. Genau, genau das dachte ich auch. Warum taucht sowas auch überall auf? Das ist auch komisch, ne? Hä? Also warte, in der Höhle hat dieser Davelis gelebt. Na, oder in diesem Kirchenhäuschen da. Oder in diesem Kirchenhäuschen. War aber ein Verbrecher. Ja, und man... In dem Sinne. Man wusste dann später, dass der da halt, äh, geschlafen hat. Also der hat da quasi nur gechillt, weil es nicht so, hier ist meine Anschrift, sondern der hat da Obbuch. Ja, zu der Zeit wusste man natürlich nicht, wo dieser Verbrecher sich rumtreibt oder lebt oder übernachtet. Später hat man das dann halt herausgefunden. Okay. Obwohl, so in der Kirche ist es ja so, dass die ja eigentlich, jedes Kind kann da zur Kirche kommen und man hat immer einen Platz für sie und öffnet die Tür, wenn du klopfst. Ja, ich bin da jetzt voll auf diesem Kirchentrip gerade. Ja, aber du darfst dir das ja jetzt nicht so vorstellen, dass da irgendwelche Messen stattgefunden haben oder nicht. Irgendwelche ganz uralten Christen haben da mal dieses Gebäude am Eingang dieser Höhle errichtet. Aber das ist ja jetzt nicht so eine Kirche wie eine Kirche im Dorf. Trotz, weißt du, warum mich, warum mich das so beschäftigt und warum ich damit ein Problem habe? Gerade wenn, wir reden mal hier von Deutschland, wenn du dir hier gerade mal so in Deutschland irgendwelche kleinen Dörfchen anguckst. Ich erinnere dich noch, wo wir von Rügen letztens die sogenannte Abkürzung genommen haben und dadurch 400.000 Dörfer gefahren sind, weißt du noch? Abseits der Autobahn, was eine Katastrophe war. Da sind wir auch durch ganz viele kleine Örtchen gefahren und manchmal kam man dann quasi jetzt nicht bergig, aber man kam von weiter hoch und konnte dann quasi so runter ins Dörfchen gucken. Jedes Mal. Und es ist in Deutschland bei den kleinen Dörfchen immer so, in der Mitte dieser kleinen Dörfchenstädte ist eine Kirche. Ja. Mit dem Turm und oben das Kreuz. Warum zum Kuckuck baue ich so ein Ding irgendwo in einen Berg rein? Verstehst du, damit habe ich ein Problem, weil da sind ja keine Menschen, da ist ja kein Dorf, da ist kein Leben. Warum mache ich das? Ja, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht müssen wir auch von dem Gedanken weggehen, was die Überlieferungen bringen, dass es ein Kirchenhaus sein soll. Vielleicht ist es einfach nur so ein Vorhaus und gar keine Kirche. Ja, weil wenn du mal siehst, die eine Hauswand rechts, die geht ja in den Berg so rein. Jetzt mal ganz crazy, müsste man echt mal diesen Berg freilegen ein bisschen, um zu gucken, was da drunter ist. Das kann ja alles möglich sein. Ja, das ist auf jeden Fall geschehen. Ja. Da gab es, also seit dieser Zeit, seitdem dieser Davelis erstmal jetzt nochmal ganz kurz, bevor ich jetzt weiter hier im Kontext gehe, gelebt hat. Seit dieser Zeit, also das 19. Jahrhundert, also da fing dann halt die Menschen auch an, natürlich, da war viel mehr Berichterstattung und man hat viel mehr überliefern können, einfacher überliefern können. Und ab diesem Moment fing es dann halt an, dass es um diese Höhle auch andere Geschichten gab, dass da halt paranormale Aktivitäten auch stattgefunden haben. Also Menschen berichteten dann, wenn sie in die Nähe dieser Höhle kamen oder am Eingang dieser Höhle standen, dass sie geheimnisvolle Stimmen gehört haben oder irgendeine Musik, wo überhaupt nicht auszumachen war, von was für einer Art Quelle diese Musik nun stammt. Und da ist man dann immer so in diesem Gedanken, finde ich, dass man überlegt, okay, vielleicht dieser eine Tunnel führt in die Hölle, kommen diese Stimmen oder diese Musik oder was auch immer von irgendwelchen Seelen, die in der Hölle jetzt da irgendwie hinabgetreten sind vor Hunderttausenden von Jahren. Oder sind das irgendwelche Zeitreisende, die sich in der Höhle befinden, die da kurz gerade Stopp machen von einem Punkt zum nächsten? Alles sehr merkwürdig. Und in der Mitte des 20. Jahrhunderts, also zu Beginn dieser ganzen Weltraumzeitalters und wie auch immer, dass man sich hier mit dem All und so beschäftigt, wurden natürlich auch Ufos dann in der Nähe der Höhle oder an der Höhle gesehen. Auf einmal. Punkt. Punkt. Genau. Erstmal sacken lassen, die Info. Weißt du, was ich auch mich frage? Gab es wirklich zu der damaligen Zeit, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, so eine Spinnerköpfe, die irgendwie zu viel Wein gesoffen haben und dann irgend so einen Scheiß erzählt haben, wo du gesagt hast, oh Gott, da kommt wieder hier Matthäus oder weiß ich wie er hieß. Der ist doch immer, ja, ja, lauf mal weiter, alles gut, Matthäus, alles gut. Also das ist auch schon so eine verrückten Spinner. Natürlich glaube ich schon, dass das schon immer, also ich glaube nicht, dass die Menschen von Grund auf damals ganz anders waren oder ihre Köpfe ganz anders funktioniert haben. Ich glaube auch, es gab damals viele psychologische Probleme und sowas alles. Das ist auch schon, weiß ich nicht, bipolare Störungen oder Schizophrenie und sowas. Das gab es früher auch schon alles. Es hatte nur damals halt keinen Namen und es war nicht diagnostiziert. Aber trotzdem glaube ich, dass es viele Menschen gab, die eine krankhafte Störung hatten und sich dann irgendwas ausgedacht haben und es halt weiter verbreitet haben. Ja, nur trotzdem, also auch mit den Stimmen, ich höre da Stimmen, klar, in der Höhle, Echo, logisch, wenn du da flüsterst, dann geht es halt achtmal weiter. Ja, vielleicht ist doch mal ein Vogel drin oder so, keine Ahnung. Vielleicht das auch. Nur, das ist ja jetzt auch nicht so, dass die Jugendlichen damals gesagt haben, jo, wo treffen wir uns zum nächsten Rave? Ja, lass mal in die Pentedi-Höhle gehen. Ja, Mann, da können wir richtig abrocknen. Das ist halt auch nicht, das ist halt jetzt, ich habe halt ein Problem einfach damit, mit der Vorstellung, dass es jetzt nicht so der Treffpunkt war, wo man abgehangen hat. Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Dafür ist es ja auch, glaube ich, zur Abgelegenheit von Athen. Das ist ja in der Nähe von Athen und nicht bei Athen. Ja, so, das heißt, auf gut Deutsch, vielleicht war das so ein Wanderpfad, der da lang fuhr, weißt du, bist mit deinem Karren und deinem Esel da langgelaufen und dann, ach, guck mal hier, Pentedi-Höhle, kick mal eine an, das erzählen auch alle Leute, dass hier irgendwelche Musik und Stimmen und keine Ahnung, was rauskommt. Komm, wir überzeugen uns mal davon, so. Und dann ist Gustav mit seiner Frau da hingegangen und dem Esel und dann haben die auch, bach, 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 bach. Gustav passt jetzt nicht gerade in die Region. Gustavos. Ist der da langgelaufen? Das ist eher spanisch, aber egal. Gustavos? Ja. Man ist mir, ja, ich habe jetzt keinen griechischen Namen, Kosta, so. Dann ist Kosta da langgelaufen mit seiner Frau und siehe da, er hat auch irgendwas gehört oder irgendwas gesehen und dann sind die halt weggerannt davon. Also wahrscheinlich wird es mehr so eine Wanderhute oder sowas gewesen sein, weißt du? Ja, vielleicht wurde deswegen da auch von irgendwelchen Handelstreibenden dieses Gebäude errichtet, weil es halt einfach ein bisschen Zuflucht auch gab und nicht direkt am Straßenrand. Ein Airbnb. Ja, genau. Genau, also Mitte 20. Jahrhundert. Da gab es einen Forscher, der hat da ziemlich lange geforscht an dieser Höhle auch, weil es halt durch Propaganda ihm herangetragen wurde, dass es da ein bisschen seltsam abgeht. Woher kommt der noch mal? George Balanus hieß der. Woher der kam, weiß ich nicht. Ach so, weil ich hier wegen Gustavos fertig gemacht werde. Das scheint kein Grieche gewesen zu sein. Woher kommt es mit George um die Ecke? Vielleicht hieß der auch, nee, George. Ja. Und das hat aber irgendwie keinen Fortschritt gebracht, weil der irgendwie so ein bisschen auf Widerstand gestoßen ist, weil es berichtet wurde, dass seine ganzen Mitarbeiter ein seltsames Verhalten an den Tag gelegt haben, umso länger sie da waren. Und dass die ganzen technischen Geräte, so wie Kameras oder Taschenlampen, immer wieder Fehlfunktionen auf einmal hatten und man einfach nicht vorangekommen ist mit der Forschung. Und deswegen hat das aufgegeben. Magnetismus. Ah, Mr. Fröhlich hat 100 Millionen Tausend Punkte erreicht. So. Ich bin das neue Brain. Und dann ist es nämlich dazu gekommen, dass es noch seltsamer wurde an diesem Ort, dass es auf einmal so um 1977, und das ist noch gar nicht allzu lange her, es eine Gruppierung gab von Menschen, eine unbekannte Organisation. Ich glaube, man nannte sie irgendwie die Schattenorganisation oder so, keine Ahnung. Die haben um diese Höhle einfach so randommäßig Stacheldraht gerichtet und standen da wache, sodass wirklich niemand mehr in diese Höhle reinkam. Dann haben die angefangen, da mit Dynamit und Bulldosern an dieser Höhle zu arbeiten. Also sprich, die wollten da Sachen sprengen und freilegen oder weiß ich nicht was. Weil die muss irgendetwas, einen Hinweis gegeben haben, dass da doch irgendwas komisch ist an dieser Höhle. Man weiß bis heute nicht, was das für eine Organisation war, die da gehandwerkelt hat. Es gibt natürlich viele Theorien, ist ja logisch. Man geht von der NATO aus, man geht von der US-Regierung aus, vom griechischen Militär. Also die Menschen glaubten dann irgendwann auch, dass es ein Atombunker oder ein Atomwaffenlager ist, diese Höhle. Oder dass diese Höhle extradimensionale Portale hat und da kommen wir dann wieder zu diesem Unerklärlichen auch, ob es irgendwelche Portale für irgendwelche Zeitreisenden oder zu anderen Welten oder wie auch immer gibt in dieser Höhle, wenn es da so viele Tunnel gibt, die irgendwo hinführen. Und ein magnetisches Feld irgendwie um diese Höhle existiert, also oder ein Kanal vorhanden ist. Man sagt das oder es gibt Geschichten darüber, dass da ein Kanal in dieser Höhle ist, der eine Verbindung zu der USA, hier zu Langley. Und diese Organisation war lange da, diese Menschen, die haben da halt viel gemacht, sind dann aber, haben auf einmal aufgehört, da weiter zu forschen und haben die Höhle sozusagen verlassen. Also da fand dann keine Überwachung mehr statt. Also die haben keinen Wachschutz mehr da jeden Tag hingestellt. Und man hat dann halt auch gesehen, dass irgendwann so Löcher im Stacheldraht waren. Also anscheinend, wo die weg waren, sind dann wieder irgendwelche anderen Menschen da hingegangen. Wahrscheinlich. Ja, jetzt aber natürlich die Frage, warum sind die auf einmal da gewesen und dann so mysteriös, wie sie gekommen sind, wieder gegangen sind. Das ist halt alles sehr merkwürdig. Vielleicht haben sie das gefunden, wonach sie gesucht haben. Das kann natürlich sein. Ach, und dass das ein Aktenverschluss sozusagen ist. Weil das, ich glaube, die sind ja so, genau, um 1977 gekommen und irgendwie waren sie wohl so sechs Jahre oder sowas da. Sechs Jahre? Oder das Geld ist alle gegangen. Oder das. Und nachdem die dann halt auch gegangen waren, war dann diese Kirche und dieses Höhlennetz, was da drin ist mit den Tunneln, das war halt alles schwer beschädigt. Weil die ja, wie ich sagte ja, die haben ja da ... Hat der die griechische Regierung nicht irgendwie gesagt? Sag mal, Leute, was ist denn hier los? Und diese griechisches Kulturministerium ist dann auch 1990, also auch ein paar Jahre später dann erst wieder, hat sich dann mal daran gewagt und wollten dann anfangen, da weitere Arbeiten zu tätigen. Aber die haben sich dann auch wieder, ich weiß nicht, was ist heute los, ich habe einen Frosch im Hals, weiß nicht was, jetzt bin ich raus. Die haben dann aufgehört, da weiterzuarbeiten, weil das für sie dann eher so ein Kulturerbe-Ding war, dass sie halt gesagt haben, nee, das ist hier schon so schwer beschädigt. Alles, wenn wir jetzt hier weiterarbeiten, dann beschädigen wir das noch mehr und dann ist irgendwann gar nichts mehr, vielleicht auch von diesem alten Gebäude, von der Kirche halt zu erkennen. Deswegen haben die aufgehört und haben es jetzt einfach so gelassen, wie es ist. Mhm. Es gibt auch eine sehr komische Geschichte und zwar, nachdem diese Arbeiter da weg waren, also diese Gruppe da von Menschen, wird berichtet. Also ein Ehepaar wandert in der Gegend, kommt natürlich auch an dieser Höhle da irgendwie vorbei, forscht so ein bisschen einfach so, nicht irgendwie, es sind keine Forscher oder so, sondern die laufen da einfach und wandern und entdecken an einem Felsvorsprung irgendwo an dieser Höhle ein Auto, was da steht. Aber das ist so ein Platz, wo das Auto steht, wo die sich so denken, da kann das Auto gar nicht hin. Also es kann da weder langfahren noch irgendwie, weil das halt von den Unebenheiten auf dem Boden nicht funktioniert, dass das Auto da irgendwie hingekommen ist. Aber es steht da. Und dann anscheinend machen die da irgendwie Urlaub in der Gegend oder so und dann gehen die da immer wieder hin. Dann steht da tagelang dieses Auto, immer an dem Punkt, nicht bewegt. Und dann traut sich die Frau einmal näher irgendwie an das Auto heran und guckt sich das an und das Auto hat halt irgendwie keine Spuren von irgendwas, keine Beschädigung, keine Kratzer, gar nichts. Und dann guckt die Frau sich so um das Auto herum halt die Büsche und alles an. Jetzt mache ich auch schon so eine Bewegung. Ich wollte gerade sagen. Und guckt sich die Büsche an und schreit auf einmal auf. Und der Ehemann ist so, was ist denn das jetzt hier? Und die ist kaum wieder zu beruhigen. Die zittert, die ist total fertig mit ihrer Welt. Und nachdem der Ehemann es dann geschafft hat, sie zu beruhigen und so, sagt sie halt, ja, da in diesem einen Busch lag ein weißes, ovales Wesen, was etwa 60 Zentimeter lang war und zwei riesige leuchtende Augen hatte. Und der Mann hat das Wesen aber nicht gesehen. Hat er denn nochmal geguckt? Ja. Und es war weg? Ja, und da war halt nichts. Und war das Auto noch da? Das Auto war noch da, ja. Der Ehemann hat nur irgendwie so ein Rascheln im Gebüsch noch gehört. Also so, als ob da irgendwie ein Tier langläuft oder so. Oh. Aber die Frau hat es genau so beschrieben. Und Tage später sind die dann halt mit dem Auto gefahren. Es war ja nicht deren Auto, sondern sie sind mit ihrem eigenen Auto wohl irgendwie gefahren. Und auf einmal hat der Ehemann an der Frontscheibe so ein drehendes, schwarzes Objekt wie so eine Kugel wohl irgendwie gesehen. Und fing dann auch an zu schreien und zu zittern. Und die Ehefrau musste ihn auch beruhigen. Und wo er sich dann beruhigt hat, konnte sie ihn halt fragen, was jetzt mit ihm los war. Und dann hat er ihr das halt so beschrieben. Na, hast du das jetzt hier nicht gesehen? Da an der Frontscheibe, da war doch so ein drehendes, schwarzes, kugelartiges Objekt. Und die Frau hat es halt nicht gesehen. Es war auch noch da an der Gegend. Also hat einmal die Frau was gesehen und einmal der Mann was gesehen. Okay. Aber mehr weiß ich jetzt zu der Geschichte auch nicht. Na, was ich mal gelesen habe, ist, dass wir Menschen mit unseren Augen nicht alles sehen können, was da ist. Ja. Also wir sehen vielleicht, weiß ich nicht, da haben wir mal ein Zehnte von dem, was eigentlich da ist oder da wäre. Mhm. Vielleicht gibt es den einen oder vielleicht hat ja dieser Magnetismus da wieder seine Finger im Spiel, dass wenn du in irgendeinem Gebiet bist, wo es viel Magnetismus gibt, dass da deine Sinne verstärkt geändert werden und du halt für den Moment halt, bis dein Gehirn sich wieder in die richtige Bahn bringt und diesen hohen Magnetismus wieder auspegelt, kannst du halt Sachen sehen, die du sonst eigentlich gar nicht sehen würdest. Was ist heute mit dir los? Hast du irgendeine Pille genommen? Wieso? Ja, weil man jetzt nämlich natürlich an solche, versucht sich an Erklärungen für solche Phänomene heranzuwagen und es ist so, dass es dort anscheinend magnetische Kanäle oder Störungen in der lokalen elektromagnetischen Bereich dieser Höhle gibt. Also da herrscht so etwas. Und ich habe das so gelesen, dass das so gepulste elektromagnetische Felder sind, die immer wieder wie so eine Art, jetzt mache ich auch so eine Handbewegungen, wie nennt man das? Wie so ein Puls, der schlägt ja auch die ganze Zeit und so macht es dieses magnetische Feld auch da in der Region. Und genau sowas verursacht oder beeinflusst deine Wahrnehmung und dass du das Gefühl oder dass ein Mensch so das Gefühl bekommt, dass er halt irgendwie entweder unsichtbare Präsenzen wahrnimmt oder irgendwelche Bilder wahrnimmt, die halt ihm ein Trugbild sind oder er die normale Realität, die er sieht, nicht mehr wahrnimmt, sondern das, was wir nicht sehen können, sieht er gerade in dem Moment, weil gerade so ein Puls von einem elektromagnetischen Feld ausgeschüttet wird. Und das verneigt euch. Und das verursacht natürlich auch Fehlfunktionen in der heutigen Technik. Siehste? Ich verneige mich, Mr. Fröhlich. Danke schön. Das ist ja genau das Gleiche wie, mach das bloß nicht nach, wenn man ja zum Beispiel, wenn du Lautsprecher hast vom Computer, da gibt es halt noch ältere Lautsprecher am Computer, da sind auch irgendwie so Magneten drin, so eine Art Technik. Und wenn du das dann an deinen Bildschirm ranhältst, kriegst du dann auch so Farbkreise an der Stelle, wo du mit dem Lautsprecher lang gehst. Und warum soll man das nicht nachmachen? Weil du damit deinen Monitor kaputt machst. Ach so. So, und deswegen... Macht es nicht nach. Ja, nicht nachmachen. Auch wenn ihr es wissen wollt. Oder ihr nehmt irgendwas Altes oder Röhrenfernseher, da kannst du ein Magnet oben ranhalten oder so, dann siehst du auch richtig, dass so die Farben an der Stelle komplett verrückt spielen. Was? Was? Hat das auch was hier, wenn ich hier irgendeine Frequenz im Auto einstelle? Ich hab ja so einen Bluetooth... Nee, das hat was mit den Radiowellen zu tun. Aber ich find's immer so schräg, wenn ich an anderen Autos vorbeifahre. Ach, das hat was mit Radiowellen zu tun. Hatte ich jetzt auch wieder richtig wild. Da hab ich an einem anderen Auto vorbei und der muss auch über Bluetooth irgendeine Frequenz eingestellt haben. Und dann hab ich auf einmal voll die Musik von ihm gehört. Und dann war das so ein krasser Rocker. Da lief irgendwie so ein Heavy Metal Song oder so. Und ich hör mein Hörbuch. Ja, das passiert. Wegen dem Magnetismus und der Frau und dem Mann. Und dann, da stell ich mir halt nur die Frage, ohne dass ich jetzt da, ich sehe ja bei unseren Menschen, die uns folgen auf unseren Social Media Kanälen, sehe ich ja, dass es auch teilweise relativ viele Frauen sind, die sich für diese Themen hier interessieren. Was ich, ist ja eigentlich wurscht, ob jetzt Mann oder Frau. Nur, einfach nur so von dem normalen Bild, was man so hat, würde ich eher sagen, dass jetzt so Alienfilme gucken, glaube ich, mehr Männer als Frauen. Hätte ich jetzt auch, ja, naja, obwohl, nee, heutzutage weiß ich gar nicht. Ich mein's ja nicht böse, das ist ja einfach nur, weißt du, was ich meine vom Gefühl her. Wir denken noch vielleicht ein bisschen altmodischer. Wir sind noch nicht so ganz angekommen in diesem. Naja, aber dann denke ich halt an dieses griechische Pärchen. Ja. Die da sind. Und dann stell ich mir halt die Frage, ob die sich das überhaupt einbilden kann, dass sie da ein Alienwesen sieht. Ach, weil sie sowas noch nie so richtig gesehen hat. Genau, weil wenn du sie jetzt fragst, kennst du die Alienfilme? Nö, kennst du Predator? Nö, also die ganzen, kennst du das alles? Hier das Wesen aus dem Ei und keine Ahnung was? Ja, aber damit versuchst du ja zu erklären, dass sie wirklich ein komisches Wesen gesehen haben. Richtig. Ja. Dass ich halt mir das... Ich überlege auch die ganze Zeit, was das für ein Tier sein könnte. Aber ein weißes, ovales Tier mit leuchtenden Augen. Ja, so ein Luchs geht ja nicht. Der weiß mit leuchtenden Augen groß ist ein Luchs. Der lebt halt unter Wasser. Ja. Diesen... Wie heißen die denn? Ach, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Ist das überhaupt ein Luchs? Ein Luchs ist, glaube ich, sowas wie ein... Wie heißt denn das? Stinkt ihr? Ein Fuchs. So ein Luchs, so ein katzenartiges Ding, oder? Ach, wie heißen die denn? Ach, ich komme nicht drauf. Was denn? Die kannst du fürs Aquarium auch kaufen. Die sehen so ähnlich aus wie Frösche, sind nur langgezogen und haben auch so eine... Die Hände und Füße sehen halt so aus, dass das halt lange Finger sind, wo am Ende so eine... Die Fingerkuppe sind sozusagen runde Noppen. Molch. Ach so, na, aber ein Luchs ist doch ein... So was wie Katzen, Hunde... Ja, deswegen mit Luchs. Ich weiß auch nicht, wie du auf das Wort kam. Okay, jetzt sind deine ganzen 100 Millionen Punkte, die du heute erreicht hast, sind in einem Schlag alle gelöscht. Die wurden mit dem Wort Luchs terminiert. Okay, ja, auf... Ja, keine Ahnung. So ein Wassermolch, Molch, oder wie die heißen. Ach so, ja, ich hab... Also, wo ich das gelesen habe, dachte ich auch an so ein glipschiges Tier irgendwie. Aber der ist nicht 60 Zentimeter groß. 60 Zentimeter ist schon so... Wer weiß, es ist halt irgendeine Geschichte, die erzählt wurde, aber... Das muss ja alles gut, gut beäugt werden, wenn hier irgendwelche Geschichten auftauchen. Auf jeden Fall, ähm, ja, eine sehr mysteriöse Höhle, die viele Fragen aufwirft, die wir wahrscheinlich nie klären können. Und ich mir immer frage auch, wie könnten überhaupt die Menschen dieses Gebäude da gebaut haben im Altertum? Aber gut, das ist nochmal eine andere Sache. Vor allen Dingen, was für ein Steinmacht hier... Also, so präzise an die Wand ran. Ja, und vor allen Dingen, was für ein Material ist das? Ist es der Stein aus dem Felsen? Wie haben die das da rausgeschlagen? Wie ist überhaupt dieses Loch entstanden? Weil dieses Loch schon da, das sind natürlich alles Fragen. Ja, guck dir mal den Eingang an und die Fenster, das ist doch schon wieder 1a glatt gerundet und quadratisch. Ja, und vor allen Dingen, guck mal da oben. Das ist ja auch ein komischer Schlitz da drin, ne? Diesen Einschlagschlitz, der sieht aus wie, weiß ich nicht, als ob da irgendwas dran hing, so eine Befestigung oder sowas. Ja, stimmt, könnte auch sein. Und 20 Meter, hast du eine Ahnung, wie hoch 20 Meter sind? Na gut, vielleicht stammt es aber auch von dieser Schattenorganisation, die darum gewerkelt haben. Wahrscheinlich. Nochmal, hast du eine Ahnung, wie hoch 20 Meter sind? Ja, ist schon krass. 20 Meter ist richtig hoch. Das ist doppelt so hoch wie das Haus, in dem wir leben. Das ist riesig. Und da baut man, also ich verstehe das nicht, warum man da sowas reinbaut. Gerade an so einem Ort, wo so viele Geschichten, da würde ich doch einen Teufel tun, da irgendwas hinzubauen, wo die Menschen auch noch hinkommen. Weißt du? Ja, und da die halt 1977 darum gewerkelt haben, ist es halt auch schwer, wenn die jetzt so viel zerstört haben, dass man da jetzt mit irgendwelchen, so wie du am Anfang gesagt hast, Sensoren oder Kameras oder Frequenz, Radiowellentechniken, wie auch immer, da das die Höhle durchleuchtet. Und wenn dann das griechische Kulturministerium das als so ein kulturelles Städte, wie auch immer, hier, wie sagt man denn? Naja, so ein Gebiet, was man halt nicht mehr anrühren darf. Sperrgebiet. Dann ist das halt auch irgendwie alles. Es sieht auf jeden Fall unheimlich faszinierend aus, finde ich, wie da dieses Gebäude direkt vor diesem Eingang der Höhle steht. Also es ist ja, als ob der Eingang auch ein bisschen zugebaut wurde, ne? Durch dieses Haus oder durch diese Kapelle, Gebäude, was auch immer. Das heißt, wir haben jetzt den Auftrag an unsere Hörerschaft, ihr macht jetzt den nächsten Sommerurlaub in Athen und macht einen Ausflug in die Pentedi-Höhle. Ja. Und danach laden wir euch einfach ein über Internet und wir reden darüber und machen ein Interview quasi. Ja. Freiwillige vor. Sehr gut. Ich möchte da nämlich nicht hin. Okay, ihr Lieben. Ja. Na dann? Schreibt uns gerne rein, was ihr so denkt. Vielleicht hat ja der eine oder andere Erfahrung. Vielleicht war ja der eine oder andere sogar schon mal da. Oh, das wäre ja richtig interessant. Haut in die Kommentare rein. Wir freuen uns tierisch. Oder schreibt uns eine Nachricht, wie ihr wollt. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Und wir hören uns jetzt regelmäßiger. Und bis dahin, bleibt gesund und munter, habt einen schönen Tag, gute Nacht, schlaf gut, schönen Arbeitstag. Auf Wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bye, bye.